Herzlich Willkommen zu einer neuen Meditation und nachdem mir das Nervensystem momentan enorm unter Druck steht, nehme ich jetzt mal so diese astrologisch aufgeladene Zeit zum Anlass, dass wir gemeinsam eine Übung machen, gemeinsam meditieren, wie wir das Nervensystem entspannen. Uranus im Stier steht gerade unter Druck und Uranus im Stier bedeutet auch Nervensystem und steht für deinen Rückenmark, steht für die Gehirnhaut und steht quasi für alle Nervenbahnen in deinem Körper. Und heute werden wir mal schauen, wie wir das entlasten können, wie wir diesen Druck vom Nervensystem runterbekommen, dass du dich entspannen kannst und dass du vor allem auch deine Hirnnervenbahnen, die Hirnverbindungen, wieder wirklich ans Geistige, ans Spirituelle anknüpfen kannst und ihn wirklich für das verwenden kannst, wofür es eigentlich gedacht ist, nämlich wirklich inspiriert sein, Inspiration und nicht in einen Überlebenskampf oder Überlebenstrieb in den nächsten hinein zu hudeln und sich dabei zu stressen und etwas, was weiß ich, was umwälzen zu wollen. Und bei der heutigen Übung, wie gesagt, es wird einfach eine Entladungsübung für dein Nervensystem. Also wir entladen jetzt dein Nervensystem. Und während ich da jetzt mal rede, kannst du dich schon mal ein bisschen einstimmen. Stell dir einfach mal vor, also schließ mal deine Augen und stell dir mal vor, dass du wirklich wie ein Telefonnetz, ein Telegrafennetz in deinem Körper gespannt hast. Also ganz feine, unzählige Lichtverbindungen. Kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie so Glasnudeln, wenn du so asiatische Küche magst, so diese Glasnudeln, da sind ganz viele, ganz lange so Verbindungen und die sind über deinen Körper verstreut. Bis hin zu den Fingerspitzen. Alles ausgehend so von Wirbelsäule, Rückenmark, Gehirn und da gehen diese Nervenfäden überall hin. Also natürlich Augen, Uhren, überall sind diese Nerven, Zähne, das ganze Gesicht, Hals, Brustraum, alle Organe, dein Herz, Verbauungstrakt, Geschlechtsorgane, Gelenke, überall hinführen Nervenbahnen. Die Nieren, die Milz, die Bauchspeicheldrüse, deine Lunge, überall sind diese Nervenverbindungen. Und die laufen zusammen an deinem Rückenmark, also an der Wirbelsäule entlang bis zu deinem Gehirn. Und jetzt stell dir einfach mal so dich als energetisches Wesen vor. Also du stellst jetzt mal so deine Nervenenergie dir vor, wie diese Nervenbahnen in deinem Körper Signale empfangen. Und schau jetzt einfach mal ganz entspannt in dein Umfeld. Hast du das Gefühl, dass das rund ist, ausgeglichen ist, dass dein Nervensystem genug Platz hat? Oder ist es irgendwo eingedrückt, dein Nervensystem? Kommt es irgendwo unter Druck? Gibt es irgendwo in deinem Nervensystem Lücken, Anspannungen, Erschöpfungen? Beobachte einfach mal, was du wahrnimmst. Gibt es eine Überreizung deines Systems? Wo die Nerven im wahrsten Sinne des Wortes blank liegen? Mach dir einfach mal jetzt so dein System, deinen Körper bewusst. Und nimm einfach mal wahr. Und nun beginnen wir mit der Säuberung, der Entladung und der Erdung deines Nervensystems. Deiner Nervenbahnen. Und du kannst dir das vorstellen wie einen Blitzableiter. Stell dir einfach mal vor, es gibt einen Blitzableiter für dein Nervensystem. Und da stellen wir uns mal in so einem goldenen Licht vor. Und dieses goldenen Licht fließt wirklich so zwischen deinen Beinen in die Erde rein, wie ein Blitzableiter. Du kannst es dir auch vorstellen an der Außenseite deiner Beine entlang, wenn du möchtest. Oder auch am Ende deiner Wirbelsäule, am Steißbein runter in die Erde. Aber stell dir mal so einen Blitzableiter vor, einen energetischen Blitzableiter für dein Nervensystem. Und dieser Blitzableiter ist wirklich mit allem verbunden, mit allen Nervensträngen, mit deinem zentralen Nervensystem, mit deinem Rückenmark. Und es wird dir nun gestattet, die Überspannung aus deinem Nervensystem abzuleiten. Die Überspannung aus deinem Nervensystem wird abgeleitet. Erlaube dir einfach mal so tief einzuatmen und wieder auszuatmen. Und stell dir vor, über diesen Blitzableiter, der da von deinen Beinen in die Erde fließt, fließt jetzt Überdruck, Überspannung aus deinem Nervensystem ab. Und an den Stellen, wo die Überspannung herkommt, wo die Wurzel dieser Überspannung liegt, wird nun eine tiefe Heilfrequenz in dein Nervensystem eingespeist. Überreizung wird gemildert, kommt zur Ruhe, kommt zur Entspannung. Vielleicht in deinem Herzen, in deinem Hirn Ruhe und Entspannung. Viele tragen auch enorme Lasten auf den Schultern. Stell dir mal vor, die Nervenfasern auch in den Schultergelenken werden nun entspannt. Also diese Überladung, Überreizung fließt ab. Und alles, was du trägst, darf nun in die Erde abgegeben werden. Und jede Schwäche fließt nun ganz bewusst in die Heilung. Jede Überreizung wird nun geheilt. Und diese Heilung geht auch von deinem Gehirn aus. Also du schaffst in deinem Zentrum, deinem Nervenzentrum, deinem Gehirn, heilendes Licht. Du kannst dir vorstellen, dass Heilung in deinem Schädel zu leuchten beginnt. Ein Heilungslicht. Ein Nervenreparaturlicht. Und alle Erschöpfung, alle Müdigkeit, alles wird aus deinem System hinausgearbeitet. So dass deine Nervenbahnen reiher werden, mehr Spannkraft bekommen. So dass sich neue Nervenbahnen bilden können. Auch vor allem dort, wo du vielleicht Operationsnarben hast, wo du Verletzungen gehabt hast. Auch dort bilden sich wieder neue Nervenbahnen, so dass alles energetisch optimal versorgt ist. Und du mehr und mehr dich feinstofflichen Schwingungen öffnen kannst. Das bedeutet, dass dein Kopf, dein Gehirn jetzt jegliche Manipulation, alles was das Hirn klein hält oder unter Druck setzt, darf nun aus dem Schädel entfernt werden. Stell dir das wirklich vor wie ein Staubsauger, wo einfach jetzt Staub oder alte Fragmente, dunkle Energien oder dunkle Objekte einfach abgesaugt werden. Und die Stellen, wo diese Objekte abgesaugt werden, werden nun mit göttlichem Licht erfüllt. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und spürst Klarheit, Frieden und Würde in dir. Und genau in diesem Moment erlaube dir, dich innerlich aufzurichten. Dein Nervensystem richtet sich auf. Es richtet sich auch aus, auf das Höchste. Das Höchste, das Höchste Licht, die Höchste Inspiration, die Höchste Lebendigkeit. Alle deine Nervenfasern, Nervenenden beginnen jetzt zu arbeiten. Beginnen zu kribbeln, beginnen sich aufzuladen. Und zwar mit der unendlichen Kraft der Transformation. So dass du in die Lage kommst, dein Leben und deine Wahrnehmung von deinem Leben positiv zu verändern. Und du erlaubst dir jetzt, dass jeglicher Pseudodruck von dir abfließt und jegliche Erlaubnis nicht hier zu sein, nicht wirklich leben zu können, in deinem vollen Potenzial leben zu können. Alles, was dir das abstreitet, diese Erlaubnis, das wird jetzt transformiert. Und du spürst, dass nicht nur du ein Nervensystem besitzt, sondern auch Mutter Erde unendlich verzweigt ist in einem unendlichen Lichtersystem. Und diese Lichter von Mutter Erde sind wie Wurzeln für dich. Und du kannst dein Nervensystem jetzt entladend an das Nervensystem von Mutter Gaia, also von der Erde, umknüpfen. Und du erlaubst jetzt noch mal, dass ganz viel Druck dein System verlässt, dass es gereinigt wird durch Mutter Gaia. Und du nimmst dich in einer unendlichen Kraft, in einem unendlichen Licht wahr. Und diese Unendlichkeit, diese Ausdehnung ermöglicht dir dieser unendliche Wurzelstock, kannst du auch sagen, diese Nerven, diese Nerven, diese klaren, kraftvollen Nerven erlauben dir jetzt, dass du dich öffnest für göttliche Inspiration. Und du kannst jetzt wahrnehmen, dass nicht nur die Erde zahllose Nervenbahnen besitzt, sondern auch der Kosmos zahllose Nervenbahnenlichter besitzt. Und auch mit diesen Lichtern schließt du dich jetzt mit deinem Hirn an. Und du spürst, wie du Teil des Universums bist, Teil von Mutter Erde. und wie dein Nervensystem auf Hochleistung getrimmt wird. Auf Hochleistung der Inspiration, auf Hochleistung der Transformation und auf Hochleistung auch der Erde, des Ermöglichens, was hier auf Erden alles drinnen ist. ein erfülltes Dasein. Kraftvoll, energiegeladen, unendlich. Kraftvoll, energiegeladen, unendlich. Und wiederhol es nochmal. Kraftvoll, energiegeladen, unendlich. Deine Hellsinne öffnen sich, das Hellhören, hellsehen, hellriechen, hellschmecken. Und jeglicher Schleier der Illusion, soweit es jetzt erlaubt ist, hebt sich von deinem Dasein. Und du bist Teil des unendlichen Energiesystems, Nervensystems des Kosmos. Spüre, dass du an dem Platz bist, wo du hingehörst. Spüre, dass du an dem Ort bist, der jetzt stimmig ist für dich. Und spüre, dass du alles verändern kannst. Die Vergangenheit, die Zukunft, die Gegenwart. Und zwar aus einer Klarheit, einer Ruhe heraus. Und da bekommst du jetzt noch eine Geheimzutat. Und das ist Freude und Leichtigkeit. Und ganz viel Humor, inneres Schmunzeln. Ich ändere mein Dasein in Freude, in Leichtigkeit. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und diese Freude, diese Leichtigkeit ermöglicht dir jetzt auch nochmal soziale Distanz, also dass du wirklich Abstand von deinem Umfeld bekommst, von allem, was dich einschränkt oder nervt oder unter Druck setzt. Und du spürst nun Freiheit, Freisein. Atme nun tief ein und wieder aus. Spüre auch bewusst deinen Solarplexus, also so deine Magenhöhe, wie sich da die Nervenbahnen entspannen, reinigen. Wie Freiraum, Freiheit in dich einfließt und du Klarheit und Entspannung aber trotzdem ganz viel Energie und Kraft in dir spürst. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und spür mal, wie sich dein Feld entspannt. Nimm mal deine Nervenbahnen wahr, wie sie unendliche Informationen, Inspirationen aufnehmen, wie Energie abgegeben wird, aber wie es zu keiner Überladung oder Verletzung oder Erkränkung deines Systems mehr kommt. Bedanke dich jetzt bei diesen kosmischen Energien und bedanke dich auch bei deinem Nervensystem. Beweg mal so deine Wirbelsäule, deinen Rückenmark, streck dich mal durch, beweg auch die Beine, erlaube dir wirklich überall diese Energie zu spüren und dann atme tief ein und wieder aus. Bedanke dich nochmal bei der Mutter Erde, beim Kosmos, bei der geistigen Welt. Lass nochmal bewusst alle Widerstände los, alles was dein Feld unter Druck setzt, dein Energiefeld und deine Energiebahnen, deine Nervenbahnen. Atmest du alles nochmal bewusst aus, also alle Widerstände tief, einatme mal und explosiv ausatmen. Alle Widerstände explosiv ausatmen. Sehr gut. Jetzt bewege dich nochmal, schüttel dich durch, bedanke dich bei der geistigen Welt und natürlich auch bei deinem Körper, bei deinem Nervensystem und komm dann in deinem Tempo, in hier und jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich gut spüren kannst, dann öffnest du deine Augen und fühlst nochmal etwas nach. Wie ist es dir gegangen? Wie hast du das wahrgenommen, diese Entladung des Nervensystems, diese Reinigung des Nervensystems? Schreib mir gerne deine Erfahrungen in die Kommentare und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz, dein Oliveri. Tschüss. Untertitelung des ZDF,